Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Saugroboter Testbericht von mir. Heute schaue ich mir ein weiteres Modell der 300 Euro Klasse an, beziehungsweise im Genauen liegt der Preis dieses Saugrobotters momentan bei um die 320 Euro. Es handelt sich dabei um den Dreamy Bot L10 Pro und er verfügt über Lasernavigation, kann wischen und saugen, es gibt eine App mit diversen Funktionen und einen speziellen Hinderniserkennungssensor. Wird dieser Roboter den Endgegner aka den Sumpfteppich reinigen oder nicht? All dies erfährst du jetzt in diesem Video. Los geht's! Im ersten Schritt bereiten wir alles vor und installieren den Roboter über die App. Erst einmal muss der Transportschutz entfernt werden, damit sich der Bumper vorne frei bewegen kann. Einfach diese Gummibumper abziehen da und fertig. Dieses Modell hier hat nur eine Bürste, was mich zuerst verwundert hat. Bisher hatten die alle mal zwei. Diese Bürste drücken wir wie so oft einfach auf die Halterung und fertig. Ich finde, dass dieser Saugroboter auch mit nur einer Bürste sehr gut reinigt, aber zur Praxis kommen wir später. Zeit alles aufzuladen und deshalb wird jetzt die Ladestation angeschlossen. Die Ladestation ist schlicht und simpel, Kabelmanagementmöglichkeiten gibt es hier nicht. Der Dreamy Bot L10 Pro wird jetzt einfach auf die Ladestation bzw. die ein kleiner Klavier-Jingle-Sound. Die Power-Taste auf der Oberseite beginnt nun zu pulsieren und wenn der Staubsauger nach etwa sechs Stunden vollgeladen ist, dann erlischt die LED. Jetzt laden wir die kostenlose Xiaomi Home App herunter und ich gebe hier direkt die Standardberechtigung während der App-Nutzung frei. Der Homescreen erscheint jetzt auch schon und in der Mitte tippe ich auf Anmelden. Das funktioniert automatisch und ich muss nichts manuell eingeben. Er nimmt hier automatisch das Google-Konto, das auf dem Handy genutzt wird. Zuhause von Michael steht oben links. Da sieht man das. Über das Pluszeichen in der rechten oberen Ecke können wir Geräte hinzufügen und es gibt hier eine gigantische Liste von Kühlschränken, Lampen etc. Das ist eben die App für das Xiaomi-Ekosystem. Wir tippen nun allerdings das Scansymbol rechts oben in der Ecke an und scannen dann den beiliegenden QR-Code ein. Direkt darauf erscheint auch schon die Anleitung für den Dreamy L10 Pro. Wir müssen die Taste links und rechts der Power-Taste des Roboters nun drei Sekunden drücken und halten bis eine Sprachansage zu hören ist. Dann geht es weiter und wir können im Anschluss ein WLAN-Netzwerk auswählen. Auch hier müssen wir wieder kein Passwort eingeben. Das scheint er vom Handy zu erhalten, denn das ist das WLAN mit dem ich momentan hier verbunden bin. Die App verbindet nun alles und gibt ein paar Sprachansagen auf Englisch aus. Wie so oft können wir dem Gerät noch einen Raum zuweisen und im Anschluss auch noch einen Namen vergeben. Teilen ist auch möglich, doch dazu mehr in einem separaten Video zur App. Link unter dem Video. Ein kleines Info-Tutorial gibt es dann noch und ich habe auch direkt das Firmware-Update durchgeführt. Danach sind wir dann auch schon einsatzbereit. Diese komplette App zeige ich euch übrigens in einem separaten Video noch sehr genau und dort könnt ihr dann auch die Sprachmeldung auf Deutsch umstellen. Der Saugroboter Das Design finde ich erstmal schick. Die Oberfläche besitzt eine klare Klavierlack-Optik und wir könnten den Roboter hier aufklappen und unter der Klappe befindet sich auch der Staubbehälter sowie ein Säuberungswerkzeug und der Resetknopf ist dort auch zu finden. Mit dem Laserturm kommt der Staubsauger etwa auf eine Höhe von 10 cm und der Durchmesser beträgt um die 35 cm. Es gibt drei Tasten auf der Oberseite. Viereck, das ist die Spot-Reinigung, dann gibt es die Power-Taste. Wenn wir diese drücken, startet die Reinigung, drücken wir sie während des Reinigungsvorgangs, dann wird pausiert, drücken wir sie erneut, dann geht es weiter. Das ist für mich extrem wichtig, wenn eben da mal irgendwie Probleme auftreten, zum Beispiel irgendwas liegt im Weg und ich will schnell pausieren, kann ich das so eben machen. Dann gibt es noch die Home-Taste und die schickt den Roboter zurück in die Ladestation. Wie gesagt, das können wir auch über die App steuern. Vorne sehen wir den Sensor für die sogenannte 3D-Hinderniserkennung und mit der kann der Roboter Hindernisse frühzeitig erkennen und darauf reagieren. Ich muss sagen, dass dieses Modell tatsächlich deutlich wendiger und intelligenter auf Hindernisse reagiert als die vier anderen Modelle, die ich bis jetzt im Test hatte. Auf der Unterseite haben wir die typischen Gummireder und die rotierende Hauptbürste mit Gummilippen und Bürstenelement. Sechs Bodensensoren sorgen dafür, dass der Roboter an einer Treppe beispielsweise nicht abstürzt. Es handelt sich hier auch um ein Lasernavigationsmodell und das sehen wir auch am typischen LDS Laserturm. Der Staubbehälter umfasst etwa 570 Milliliter und bei mir war er nach drei Komplettreinigungen auch schon wirklich randvoll. Die Saugkraft ist mit bis zu 4000 PA auch recht stark, aber jetzt kommen wir erst mal zur Praxis mit dem Wischen und Saugen. Ich habe das Obergeschoss einmal mit maximaler Saugkraft reinigen lassen. Im Obergeschoss mit netto 35 Quadratmetern, dort ist auch der große Sumpfteppich, war er nach 51 Minuten fertig und das Akkusymbol war circa halb leer. Ich werde hier immer netto sagen, weil die Stockwerke natürlich größer sind, aber netto ist dann wirklich die gereinigte Fläche. Wenn ihr zum Beispiel ein Bett steht, dann habt ihr direkt mal vier Quadratmeter weniger und die zählen eben nicht zur Reinigungsfläche dazu. Das UG mit netto 39 Quadratmetern und mit dem Reinigungsmodus stark, das ist die Stufe 3 von 4, war nach 44 Minuten erledigt. Mit einer Akkuladung auf Saugstufe 3 von 4 schafft der Robo auch beide Stockwerke. Den Sumpfteppich im Schlafzimmer sieht er als Hindernis und fährt da nicht drauf, da er mit seinen drei Zentimetern zu hoch ist, also der Teppich. Wenn ich allerdings die spezielle 3D-Hinderniserkennung in der App deaktiviere, dann fährt er auf den Teppich und reinigt den auch gut. Was allerdings deutlich zu sehen ist, dass der Roboter sich hier auf dem Teppich deutlich langsamer bewegt. Die Navigation ist dabei auch etwas chaotischer, wie wir hier an der Karte erkennen können. Jetzt könnte man meinen, mit abgeschalteter 3D-Hinderniserkennung gäbe es Probleme, dem ist aber nicht so. Ich bin mit dem Reinigungsprozess immer noch vollkommen zufrieden gewesen und er hat sich nirgends verfangen. Auch dieses Modell besitzt eine Teppicherkennung. Fährt er auf einen Teppich, so erhöht er die Saugleistung auf maximal, solange er sich auf dem Teppich befindet und kehrt danach auf die durch den Nutzer festgelegte Stärke zurück. Aber auch an einer Stelle gab es ein Problem und zwar an einer Heizung, die unten ein verbogenes Rohr hat. Das läuft quasi schräg nach unten und da hat er sich einmal verkeilt gehabt. Das liegt aber am verbogenen Rohr. Wer hat auch schon verbogene Heizungsrohre? Der Wassertank ist hier interessant, denn es handelt sich um einen sehr flachen Tank mit etwa 270 mm Fassungsvermögen. Das Wischtuch ist großflächig und ich fand, dass er etwa auf demselben Niveau wischt, wie die anderen Modelle, die ich hatte. Das Tuch wird eben benäst und über den Boden gezogen. Simples Prinzip, da sind die alle ähnlich gewesen, also quasi eigentlich eher gleich. Ich hatte hier auf maximaler Feuchtigkeit gewischt. Wischen klappt wie immer am besten auf glatten Böden, unebene Fliesen werden logischerweise auch ungleichmäßig gewischt. Der Flur im OG, das Bad und ein kleiner Raum waren nach 15 Minuten erledigt. Netto laut App 14 Quadratmeter. Der Wassertank war danach noch zu geschätzten 80 Prozent voll, der reicht also auch dicker aus. Nach dem Wischen weist uns der Robby per Sprachmeldung übrigens darauf hin, dass wir das Wischbrett wieder entfernen sollen. Der DreamyBot L10 Pro scheint mir bis jetzt das wendigste Modell zu sein, das ich bis dato in der Hand hatte. Er fährt Hindernisse auch nicht immer stupide mit dem Bumper an, sondern stoppt meist schon etwas davor und arbeitet weniger mit Try and Error, sag ich jetzt mal. Fakt ist, dass dieser Robby der erste ist, der ohne Probleme hier das ganze Stockwerk mitsamt den dicken Teppichen gereinigt hat. Das erwähnte Heizungsrohr ist ein Sonderfall und nicht repräsentativ. Um es auszuschließen, hatte ich etwas davor gestellt. Die App. Die komplette App zeige ich euch in einem separaten Video. Den Link gibt's auch in der Videobeschreibung. Die App ist übrigens von Xiaomi und funktioniert somit in diesem Ecosystem, wenn da jemand noch andere Geräte haben sollte. Mein persönliches Fazit. Der DreamyBot L10 Pro ist der Roboter, der bei mir bisher am problemfreisten und wendigsten gesaugt hat und er hat sogar den Sumpfteppich im Schlafzimmer gereinigt. Ich kann ihn hier also einfach losschicken und er erledigt alles einwandfrei ohne Fehler. Der Akku ist mit 5200 mAh auch recht stark und hält bei mir auf Stufe 3 und 4 für das EG und das OG. Er ist wendig und reagiert sehr fix auf Hindernisse. Das habe ich beim Beobachten festgestellt und ja, ich sitze hier dann wirklich 50 Minuten und verfolge den Roboter mit der Kamera. Nur so kann ich nämlich Probleme live hier festhalten und sehe auch, was passiert und wie der sich verhält. Die App war übersichtlich und auch deutsch. Bei der manuellen Kartenunterteilung gab es im UG noch ein kleines Problemchen, was ich im Video zur App zeige und demonstriere. Da wir hier immer alles reinigen lassen, sind exakte Raumunterteilungen für uns aber nicht so enorm wichtig. Ihr wisst jetzt aber auf jeden Fall über alles Bescheid und könnt das selbst beurteilen und entscheiden. So soll es sein. Das war der fünfte Saugroboter-Test von mir und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Weitere Saugroboter-Testberichte, den Link zum Testbericht und zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar, denn das hilft meinem Kanal. Ich bedanke mich bei dir. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.